Wir sind in Spanien, genau gesagt in Katsalunia, dort von Spanien, und zwar in der Semana Santa. Was ganz Besonderes ist, sind die Osterpositionen und die Schauer zu fahren. Die Osterpositionen und die Schauer zu fahren. Wir sind inzwischen von Tarragona nach Cirona gekommen, ist nur eine kleine Zugfahrt entfernt. Und was wir jetzt noch machen wollen, ist, wir wollen uns die Osterpositionen hier in Cirona anschauen, die nämlich ganz besonders sein sollen. Heute ist Graf Freitag, was bedeutet, wir haben die größten Umzüge überhaupt. Die Leute werden wieder maskiert sein, sie werden sehr schwere Sachen tragen, weil sie Düste tun wollen. Und da das früher nun mal in der Öffentlichkeit nicht erlaubt war, haben sie diese Kunden an. Und es ist schon dunkel, weil das Ganze sehr spät anfängt, aber wir probieren trotzdem mal ein paar gute Aufnahmen davon zu bekommen. Und es ist schon dunkel, weil das Ganze sehr spät anfängt, aber wir probieren trotzdem mal ein paar gute Aufnahmen. Und es ist schon dunkel, weil das Ganze sehr spät anfängt, aber wir probieren trotzdem mal ein paar gute Aufnahmen. Und es ist schon dunkel, weil das Ganze sehr spät anfängt, aber wir probieren trotzdem mal ein paar Aufnahmen. Und es ist schon dunkel, weil das Ganze sehr spät anfängt, aber wir probieren trotzdem mal ein paar Aufnahmen. Und es ist schon dunkel, weil das Ganze sehr spät anfängt, aber wir probieren trotzdem mal ein paar Aufnahmen. Vielen Dank.